So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und ihr werdet es natürlich schon wissen. Ich möchte es jetzt aber trotzdem nochmal ankündigen, nochmal darauf hinweisen, meinen Senf dazu geben und mal gucken, wie wir das alles planen, wie wir das umsetzen. Denn es ist wieder einiges in den Startlöchern. Wir befinden uns momentan ja in der Höhenwoche, genau in der Höhenwoche, deswegen ja auch Groudon und Kyogre in den Raids, weshalb ihr heute Abend 18 Uhr Kyogre bei uns raiden könnt. Rates für Zuschauer, eine Stunde erstmal, am Samstag oder Sonntag dann jeweils nochmal 6 Stunden, am Freitag Groudon 18 Uhr, eine Stunde und dementsprechend also Samstag oder Sonntag, je nachdem wann ihr Kyogre wieder rein wählt, auch nochmal 6 Stunden. Rates für Zuschauer, wer das nicht kennt, wir hosten Rates für euch, wir laden immer 5 ein, ich 5 und der zweite Hoster 5, sodass ihr 10 Mann in der Lobby seid, 10 Mann rein, dann löschen wir die, holen die nächsten 10, packen die in den Raid, die nächsten 10, packen die in den Raid. Wenn ihr fertig seid, könnt ihr euch erneut wieder anstellen und so weiter, das machen wir ja schon die ganze Zeit. Jetzt war die ganze Woche, den ganzen Monat klar, was im Januar alles kommt, bis auf die letzte Januarwoche, da hieß es, ein besonderes Pokémon oder ein spezieller Gast oder so würde uns bescheren. Es wurde viel gerätselt, aber weil natürlich noch das Joto-Event ausstand, konnten es ja eigentlich nur Bosse aus dem Joto, aus der Joto-Region sein. Und nun wurde es aufgedeckt und ich muss sagen, ich finde es genial, Groudon und Kyokre finde ich schon richtig genial, ja, dass die beiden da sind, gleichzeitig, jetzt kommen aber nochmal Entei, Suikun und Raikou zurück, aber die dann jeweils getrennt, sodass ihr nicht rätseln müsst, was aus dem 5er-Ei kommt, sondern ihr könnt direkt nach dem, dem oder dem jagen, je nachdem, was ihr braucht. Dazu gleich aber mehr, denn ihr wisst, der Countdown für die Kando-Tour, für das Kando-Event, wo ihr dann eben auch Shiny Mew bekommen könnt mit Ticket und so weiter am 20. Februar, ist auf jeden Fall in vollem Gange. Die einzelnen Regionen wurden durchgerannt, jeden Dienstag hat eine neue Region übernommen, ein Event hat begonnen, die Raid-Bosse haben gewechselt, die Boni haben gewechselt, Joto ist also auch angekündigt und noch zusätzlich ein Rauchtag. Der Rauchtag ist aber, glaube ich, schon am diesen Sonntag, oder? Ich glaube, diesen Sonntag ist sogar schon der Rauchtag, Sonntag oder Samstag, da sind wir ja mitten an Rates für Zuschauer posten, hosten, wie auch immer. Im Endeffekt muss ich wieder den Rauchtag gleichzeitig übertragen, während ich Rates für Zuschauer übertrage, es wird also immer komplizierter. Aber zum Joto-Event, ihr habt das nochmal hier, momentan läuft Höhn, wisst ihr Bescheid, Joto-Event, Dienstag, 26. Januar, 10 Uhr. Das wechselt jeden Dienstag momentan, ich weiß nicht warum, ab 10 Uhr, wenn ihr neue 5er-Raid-Bosse wollt, ihr wisst ja, wenn ein Ei ab 10 Uhr erscheint, braucht das eine Stunde, um aufzugehen. Also, Eier bergen ab 11 Uhr dann sozusagen die Raid-Bosse. Wundert euch nicht, wenn 10.30 Uhr ein Ei aufgeht, dass dann noch der alte Raid-Boss drin ist. Das ist so, ja. Aber die Fragen kommen auch immer wieder auf. Pokémon häufiger in der Wildnis. Indivir, Feurigel, Kanimani. Sind auf jeden Fall die Star da. Kanimani feiere ich hier besonders, war auch immer das Lieblings-Pokémon vom Ismo. Dann haben wir Voltilam, können dann noch schön ein paar Bonbons sammeln und so. Mega-Ampharos auch in den Raids jetzt, aber braucht man Voltilam unbedingt, ich weiß es nicht. Mega-Ampharos scheint wohl ein interessanter Elektroangreifer zu sein, auch mit seiner Drachenattacke noch und so weiter. Hopspross, Griffel, Sonnenkern, Janmark, Ramurks, Squawkler, Snubbull, Schneckmack. Für mich eigentlich alles Trash. Und Miltank. Miltank sowieso cooles Pokémon. Und wird erstmals auch in seiner schillernden Variante veröffentlicht. Aus 5 Kilometer Eiern schlüpfen Pichu, Pi, Fluffeluff, Felino, Rabauts, Cosilla, Lavitar. Lavitar-Bonbons. Mua. Ja, das wird auf jeden Fall richtig cool. XL-Bonbons, ja. Despo da. Level 50. Ähm. Habt ihr natürlich aus Eiern bessere Chancen auf XL-Bonbons als Wild. Ich denke auch nicht, dass Lavitar an großartig Wild kommt, ne. Das steht ja hier auch nicht dabei. Müsstet ihr wahrscheinlich dann also entweder aus den Eiern ziehen oder raiden. Das wird auch im Raid da sein. Das seht ihr aber gleich noch. Während des Events können einige ausgewählte Pokémon die exklusive Attacke des Community Days erlernen. Lorblatt, Megani, Meganie, Megani. Kriegt auf jeden Fall wieder Flora-Statue. Igelava zu Tornupto, Luche-Kanonade, Vati zu Ampharos, Drachenpuls. Ist wichtig. Hat man damals nicht mitgenommen, fand man dumm. Jetzt für die Mega-Entwicklung, die vom Typ Drache ist, mit einer Drachen-Attacke, wäre es auf jeden Fall wieder sinnvoller. Und der absolute Oberhammer ist Despo da mit Katapult. Wer noch kein Despo da mit Katapult hat, aber irgendein Pupitar noch rumliegen hat oder irgendein Lavitar, holt euch Despo da mit Katapult, macht Steinkante drauf und nehmt das als einen Gesteinsangreifer. Damals beim Seedake konnte man das so machen. Das finde ich auf jeden Fall richtig krass. Die Starter, das ganze Zeugs davor, alles... Ja, aber Despo da, Katapult, Steinkante. Das ist genauso genial wie momentan, wo ihr auch Methang zu Metagross entwickeln könnt und kriegt wieder Sternenhieb. Sternenhieb auch unbedingt ein Muss, fällt mir auf. Habe ich noch gar nicht gemacht, habe ich noch gar nicht nachgeguckt, muss ich nochmal machen. Dann gibt es auch wieder eine Sammler-Herausforderung, gab es ja jetzt jede Woche. Forschungsaufgaben gibt es, Sternstaub, Begegnung mit Endivier, blablabla. Woldila, Mogelbaum, ich weiß immer noch nicht, wieso manche hier blau als links sind und manche nicht. Wieso kann man nicht jedes nachgucken oder sich angucken? Zum Event wird es folgende Raid-Bosse geben. Stufe 1, Endivier, Feurriegel, Kanimani, Woldila, Merrill und Lavita. Da haben wir es doch. Am besten mal Lavita-Raids für Zuschauer hosten. Na, wer möchte das nicht? Stufe 3, Togetic, Psyaner, Nachtara, Panzer, Aeron, Miltank. Miltank wird wahrscheinlich auch nicht so extrem vermehrt in der... Obwohl, es steht ja trotzdem oben dabei. Ich denke trotzdem mal, Miltank wird nicht jetzt überall an jeder Ecke rumsitzen. Manche werden wohl anfangen, Miltank-Raids zu machen, auf Shiny suchen, ne? 3 Stufe 5 Raid-Bosse erscheinen auch über das Event hinaus. Jetzt wird es wieder kompliziert. Ihr wisst, Raids für Zuschauer, ihr fragt immer danach. Wir müssen das immer takten, muss ich mal gucken. Entei. Entei, habe ich schon ein Hunder da. Ist für mich eigentlich jetzt uninteressant. Shiny ist auch am Start. Dienstag, 26. Januar, 10 Uhr bis 31. Januar ist ein Sonntag. Das heißt, am Dienstag könnte ich einen Community-Raid machen. Am Mittwoch könnten wir Raidmania ganz normal machen. Donnerstag, Freitag vielleicht eine Stunde Entei. Raids für Zuschauer. Bis wir Samstag dann komplett machen, da ja am Sonntag schon Raikou kommt. Wäre ungefähr so der Plan auch dazu. Raikou, mein absolutes Liebling von den dreien, die hier stehen. Suikun, pfff. Könnte eigentlich gleich in die Tonne klopfen. Suikun. Habe ich bisher nur ein 98er als Bestes. Shiny ist da, alles Mögliche ist da. Da würde ich mich mega auf ein 100%iges freuen. Ich würde viel, viel mehr Raikou-Rades machen als Entei-Rades. Das kommt am Sonntag. Sozusagen ab 11 Uhr kann man das raiden. Es würde sich also anbieten, am Sonntag, 11 bis 16 Uhr, direkt Raikou zu empfangen mit Raids für Zuschauern und gleich durchstarten. Ich sage das extra dazu, dass ihr euch schon mal das im Kalender markieren könnt und dabei sein könnt. Bleibt dann also bis Donnerstag. Das heißt, ich könnte den Community Raid am Montag machen, könnte am Dienstag, am Dienstag vielleicht mal wieder ein kleines Gewinnspiel raushauen, weil diesmal nicht der Community Raid da stattfindet. Am Mittwoch die Raid Mania dabei. Bis Donnerstag, den 4. Gut, dann erlebt das. Ja, dann erlebt das ja eigentlich nur Raids für Zuschauer am Sonntag und sonst nichts mehr. Das ist natürlich schade. Das arme Raikou. So die Kuhn? Habe ich jetzt Mittwoch ausgelassen? Na klar, naja, Mittwoch, es kriegt noch die Raid Stunde dabei. Aber Donnerstag kann es dann abends nicht nochmal reingepackt werden, weil es ja ab 10, 11 Uhr schon wieder wechselt. Und dann kommt Suikun. Suikun! Könnte man um 11 Uhr am Donnerstag einen Community Raid machen und abends eine Stunde hosten? Freitag eine Stunde hosten? Samstag Sondergrades für Zuschauer hosten. Ausgerechnet Suikun kriegt beide Wochenendtage mit. Obwohl ich Suikun am unnützesten finde. Das ist absolutes Trash-Pokémon in dem Sinne. Hätte ich euch lieber am Wochenende Entei gegönnt zwei Tage oder Raikou gegönnt zwei Tage. So kriegt ihr einen Tag Entei, einen Tag Raikou. Aber ja, muss man mal gucken. Sonntag, Sonntag, genau, Suikun, Suikun. Ach, hätten sie nicht Suikun zuerst bringen können mit und Raikou schön lange. In der Sammler-Herausforderung steht auch noch da, was ihr alles bekommt. Seht ihr ja dann, was ihr fangen müsst. Ich zeige euch gleich noch andere Grafiken dazu. Auch Miltank hier als Shiny. Sieht auf jeden Fall lustig aus. Wenn wir hier mal drauf gehen auf den Artikel. Das war jetzt nämlich wieder pokefans.net. Wenn wir auf GoGames drauf gehen. Zeigt uns das auch wieder alles hier. Event-Detail, Zinn und Herr, bla bla bla. Schön hier Liste dabei. Und hier bewegt sich das Miltank sogar. Guckt mal, wie das da rumtanzt. Und die Brust. Wie es halt einfach irgendwas macht. Keine Ahnung. Ja gut, so extrem übersichtlich. Und fett war das jetzt eigentlich gar nicht. Die Herausforderung beim Höhen-Event. Vor allem, wieso Höhen? Ich denke, das ist Joto, Bruder. Wieso schreiben die da jetzt Höhen hin? Verschrieben. Indivir, Feurigel, Kanimani, Vogelbaum, Farbigel. Farbigel interessant. Das heißt, ihr müsst Glück haben. Ihr müsst Fotobombs machen, dass ihr einen Farbigel während des Events fangen könnt. Lavitar, wie gesagt. Ich denke mal, es ist wie jetzt mit Kindwurm. Dass man Lavitar dann im Ina-Raid sich gönnt. Oder brüte. Aber brüten ist nicht fangen. Also dürfte es nicht zählen. Ich glaube, sie zwingen euch wieder, einen Ina-Raid mit Lavitar zu machen. So wie sie euch jetzt gerade zwingen, einen Ina-Raid mit Kindwurm zu machen. Auf jeden Fall freue ich mich auf Shiny Miltank. Ich freue mich wieder auf die kleine Medaille bei der Sammler-Herausforderung. Und ich finde es richtig cool, dass diese drei Raid-Bosse reinkommen. Und sich abwechseln. Und wir das so schön durchplanen können. Ich hoffe, sie ziehen alle wieder mit. Und ja, ich glaube, das haut einfach rein. Das wird auf jeden Fall fett. Und denkt dran, eure Despo da zu entwickeln, dass sie Katapult-Steinkante bekommen. Jetzt aber noch zum Rauchtag. Der kommt nämlich vorher. Da steht hier was. Jetzt möchte ich euch aber das hier mit einklingen lassen, einführen, ein irgendwas. Wir drücken hier drauf, um zu zeigen, was der Rauchtag ist. Auf jeden Fall. Rauchtag. Mega Ampharos. Mega Ampharos. Raid Guide. Mega Ampharos. Mega Ampharos muss ich auch. Mache ich das denn? Wenn ich das Donnerstag, Freitag. Mega Ampharos Community Raid versuchen wir mal am Freitag unterzubringen. Mit Video. Euch einladen. Video hochladen. Fertig. Bam. Und ihr seht jetzt ganz speziell. Dieses Wochenende ist dieser Rauchtag. Bis Dienstag muss man ja diese Sammlerforschung abgeschlossen haben. Und viele Leute sagen jetzt, sie finden weder Minun noch Plusle. Ihr seht am Rauchtag erscheint aber häufiger Minun und Plusle. Also wer jetzt Probleme hat, der kann ruhig warten bis zum Sonntag und im Rauchtag gemütlich Minun und Plusle sich noch gönnen. Bei den Drachen Pokémon seht ihr hier, selten erscheint Kindwurm, aber ist mit dabei im Rauch. Ihr müsst also kein Kindwurm Raid machen oder hoffen, dass ihr wild durch Zufall irgendwo eins seht. Ihr könnt auch das versuchen am Rauchtag zu bekommen. Und das müssten eigentlich die drei besonderen Kandidaten sein, die jetzt einigen Leuten gerade Probleme machen, dass sie Minun und Plusle nicht finden, genauso wie sie Kindwurm nicht finden. Aber der Rauchtag ist extra so gewählt. Ist am Sonntag im Zeitraum von 11 bis 17 Uhr. Das ist also genau die Zeit, wo wir Rates für Zuschauer machen. Im Endeffekt lasse ich am Main-Account, zeige ich euch hier, wie der Rauchtag läuft, was da so abgeht, was da ein bisschen rumrauchen. Und auf dem anderen Handy werden eben die Raids durchgezogen. Vielleicht lasse ich den Rauchtag auch weg. Es ist ja jetzt nichts Besonderes. Ich brauche keine Shinies, ich brauche keine Bonbons, ich brauche kein gar nichts. Was gibt es denn hier, Pikachu, Magnetilo, Voldobal, also Flunschlik, Dratini wäre vielleicht cool, aber... Alle zwei Stunden Dratini-Bonbons sammeln, das kann man vielleicht noch mitmachen. Ich bin mal gespannt, ich lasse es mal auf mich zukommen. Was sagt ihr zum Rauchtag? Habt ihr Bock? Würdet ihr lieber raiden? Ach, ihr macht bestimmt den Rauchtag und nebenbei macht ihr mal einen Raid, ne? Deswegen haben wir ja die doppelte Arbeit, dass ihr beides gemütlich zusammen machen könnt. Trotzdem, was findet ihr besser, den Elektropool oder den Drachenpool? Ich persönlich natürlich den Drachenpool, wegen den, äh... Wegen Kindwurm und Dratini. Ansonsten im Elektropool gibt es für mich eigentlich nichts. Gar nichts. Wechselt halt alle zwei Stunden ab. Ihr seht, 11 bis 13 Elektro, 13 bis 14 Drache. 14 bis 16 Elektro, 16 bis 17 Drache. Okay, vier Stunden Elektro, zwei Stunden Drache. Wer sich das wieder ausgedacht hat, hätten sie halt jede Stunde gewechselt. Nö, machen eine Stunde Drache, versucht in der Zeit ganz viele XL-Bonbons zu machen. Gut. Das sind erstmal die Infos, die jetzt in nächster Zeit anstehen. Am Sonntag, wie gesagt, Rauchtag. Da werden wir aber versuchen noch die, ich denke mal, Groudon-Raits oder Kyoko-Raits, je nachdem, für was ihr abstimmt. Guckt mal im Community-Tab immer mal nach. Da wird ja die Umfrage, äh, laufen. Und ansonsten, ja. Yoto-Event. Freut ihr euch auf die Raid-Bosse? Freut ihr euch auf Shiny Miltang? Wie findet ihr das? Habt ihr schon ein gutes Miltang? Habt ihr überhaupt schon einen Miltang? Vielleicht kennt ihr das normale Pokémon nicht mehr. Äh, nicht mal. Und die drei Raid-Bosse natürlich. Was braucht ihr? Entei? Suikun? Raiku? Welches dieser drei Raubkatzen ist euer persönlicher Liebling? Meiner? Auf jeden Fall Raiku. Da möchte ich gerne einen Hunderter haben. Ansonsten war es das jetzt erstmal von meiner Seite aus. Heute Abend, wie gesagt, 18 Uhr. Eine Stunde Kyoko-Raits für Zuschauer. Äh, ich muss nämlich gerade ein paar Videos vorbereiten. Nehmt das schon mal vorab aus. Hau das für euch so raus, dass das ungefähr passt. Und dann sehen wir uns hoffentlich heute Abend. Und ich hoffe, es ist nicht so chaotisch wie gestern. Äh, auf jeden Fall viel Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses. Bis zum nächsten Mal.